Was fährst du für ein Motorrad? Ich fahre. Ich fahre. Auch? Auch? Ach so, der Trend geht zum zweiten Motorrad, stimmt. Ich hab elf Motorräder. What? Elf? Ja. So viel kann man ja gar nicht fahren. Doch, kann man. Jeden Tag eine andere? Jeden Tag eine andere. Oh! Nein, es sind vier Rennmaschinen dabei. Okay. Frau Motorradrennung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie oft machst du das? Ja, so unterschiedlich halt, was passt. Also zwischen, sage ich mal, fünf bis zehn Rennen im Jahr. Das ist ja krass. Da ist ja richtig Benzin im Blut. Ja, kann man das sagen. Und die sind alle selber gebaut, die Motorrader. Selber gebaut? Ja. Das ist ja klasse. Also gibt es da spezielle Rennen dafür? Nein, das ist so eine historische Klasse. Ein älterer Oldtimer. Also meine Motorräder sind alle 60 Jahre alt. Ach cool. Das ist ja krass. So, ich bringe euch jetzt zu Tisch. Ja, sehr gern. Bitte. Er ist ein interessanter Typ. Ne? Durch sein Motorradfahren. Das matcht mich natürlich schon ganz schön. Alte Motorräder mag ich auch sehr. Und da bin ich gespannt drauf. Also ich fand das zum Beispiel so ein sehr gut halt, dass sie Motorrad wehrt und das auch für Interesse hat dran. Ist ja Familie auch wichtig. Ja, ich wohne noch beim Eltern. Nein. Wir haben ein riesengroßes Haus, ein Vierparteienhaus. Jeder hat seine eigene Wohnung. Ich finde das schön. Und ich finde es aber gut, jeder hat seine eigene Wohnung, jeder ist abgeschlossen, jeder macht das für sich, was er möchte. Ja. Aber jetzt ist jeder für jeden da. Ja, ich finde das richtig. Gerade jetzt in dem Alter, wo meine Eltern auch nicht mehr ganz so können. Und ich möchte es ja auch nicht alleine lassen und irgendwo ins Heim geben oder irgendwas. Und so komme ich nach Arbeit, kann nach dem Gucken und da machen. Genau. Und das finde ich wichtig halt. Ich finde das auch schön. Er ist sehr bodenständig, glaube ich. Er wohnt noch zu Hause bei seinen Eltern oder mit seinen Eltern in einem großen Haus, was ich aber auch sehr schön finde, weil mir Familie und Freunde auch sehr wichtig ist. Und ja, mal schauen. Magst du Hunde? Ich würde schon sagen, ich habe Respekt vor Hunden. Ja. Ich hätte so gerne die eine von uns mitgenommen. Mhm. Er hätte sich gut mit der anfreunden können. Die ist ganz lieb. Okay. Die setzt sich neben dich und lässt sich einfach kraulen. Mhm. Ich habe Liebesbringer-Socken gekriegt von meiner Schwester zu Weihnachten. Ach so, ich dachte jetzt erst für heute. Nee, nee, nee. Da ist sie drauf. Mhm. Die ist huftig, ne? Ja, die tut keinem was zuleide. Das ist unser Hund. Die heißt Jamie. Und ja, ich hoffe, die hat mir heute Glück gebracht. Ja. Ich finde das schon cool, dass er so eine Verbundenheit zu seinem Haustier hat und die dann auch einfach als Socken trägt. Vor allem, dass man dann da auch so offen zu steht und darüber redet, finde ich einfach cool. Ja, ich fahre jetzt, dieses Jahr bin ich noch nicht verreist, aber sonst war ich immer so auf Teneriffa. Fand ich immer super cool, immer dort zu wandern und für Spanische Musik. Aber kannst du Spanisch mehr? Ja. Ich hatte das auch nur in der Schule, aber ich sage ehrlich, bei mir ist nicht viel hängen geblieben. Also nicht fließen, aber ich kann mich schon unterhalten. Echt? Ich kann fluently sprechen in Spanisch. Und ich mag es sehr. Ja. Nee, das kann ich gar nicht. Also so, hallo, wie geht's? So was. Aber mehr nicht. Mehr ist da wirklich nicht. Okay, ist die Story? Was hast du heute gemacht? Ähm, könnte ich, müsste ich jetzt nicht. Ich habe nichts verstanden. Also ich sage ehrlich, ich war erst mal ein bisschen lost. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dass er Spanisch kann, ist ja gar nicht so schlecht, weil wenn wir da mal zusammen verreisen, dann kann er das ja über, er kann das übernehmen, er kann mit einem Spanisch reden. Hast du denn da vor allem eine Theorie gehabt, so früher, so vor den zwei Katern? Ja, ich habe Erfahrung mit Rappen. Rappen? Mhm. Cool. Okay, nicht schlecht. Habt ihr euch das so vorgestellt? Wie meinst du? So in der State. Ja. Ja? So ein bisschen, ja. Ja. Ich denke, ist euer Wunsch erfüllt worden. Ganz sympathisch, ja. Ganz sympathisch, ja. Sehr gut. Danke dir.